Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graf. Diesmal ein relativ... Also, abgesehen davon, dass der Chaos jetzt hier oben auf dem Berg steht und einen auf Go-Go-Tänzer macht, ist es das normalste... Guck dir den Drake da hinten an. Der normalste Anfang, den wir hier für Graf schon mal hinbekommen haben. Wir werden gerade nicht angegriffen. Wir stehen nicht wie die Irren rum. Aber der Weiwei wurde angegriffen von der Shitkröte. Weiwei the Very Wanderer. Ja. Die laufende Alliteration. Oh. Hier ist irgendwie so ein... Hier genau der. Hier ist einer, der... Oh, da schießt schon einer drauf. Komm, geh drauf. No, die Erfahrung nicht bekommen. So, mein Zeug. Oh, Vorratsbehälter. Hunter, uh. Er hat jetzt erst den Hunter bekommen. Das ist übrigens eine Sache, die man nicht... Also, uns ist gerade offscreen noch was eingefallen, was wir vorher noch nicht erwähnt haben. Dieses Spiel wird prozedural generiert soweit. Ich weiß. Das heißt, diese wunderschöne Welt hier mit den verschiedenen Bäumen und mit dem Wald und diesen Felsnasen, wie auch immer man das nennen will. Diese der Gravitation widersprechenden Findlinge. Ähm. Oh. Das ist alles prozedural generiert. Das ist einfach so wunderschön und so stimmig in diesem Game. Was hattest du gerade? Kochecke. Oh, ne Kochecke? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Jetzt ist es zu spät. Kann ich verstehen. Ja, ja. Natürlich gibt es so ein paar vorgebaute Bereiche, aber hey, was soll's. Boah. Sag mal, hast du den ganzen Wald geru... Ich bin jetzt gerade auf das Haus gesprungen. Nein, mir fehlt ein Holz. Wow. Warte. Ich leg's in die Kiste. Boah, ich brauch das Ohr da drüben. Wir müssen übrigens relativ bald mal in den Dungeon einfach, weil... Wir brauchen die Erze ganz, ganz, ganz dringend schon alleine wegen der Munition und dann auch noch wegen den erweiterten Rüstungen und sonst irgendwas. Wo hatten wir es gerade? Irgendwas wollte ich bauen. Generator. Genau. Generator. Ich packe mal die Hälfte der Fossil in den Reihen, weil ich hab davon echt so viele. Boah, da ist ein riesiges Fossil. Was übrigens auch eine coole Sache ist, je größer das Vorkommen, also tatsächlich auch die... Das Vorkommen im Spiel, desto mehr Ressourcen sind drinnen. Das finde ich ziemlich cool. Also wenn du einen riesigen Baum hast, dann gibt der natürlich mehr Holz, als wenn du einen ganz kleinen Baum hast. Wenn man jetzt zum Beispiel hier so ein Fossil von einem Megalodon oder was das ist hier aberntet, dann ist das natürlich auch größer, als wenn man... Oder es ist mehr Fossil drinnen, als wenn man das von... Weiß nicht, einer Hausschildkröte macht. Gibt's Hausschildkröten? Naja, zumindest aggressive Hausschildkröten. Trotz, hier machen wir es mal rein hier. Ich guck mich schon mal nach Dungeons & Dragons. Gut, was haben wir hier? Ab woran erkenne ich einen Jackpot? Steht rechts, unten. Achso, da wo ich immer nicht hingucke. Ja, da wo ich... Ich hab übrigens auch rausgefunden, warum bei mir das Spiel am Anfang immer erstmal schwarz geworden ist. Sozusagen schwarz vor Augen. Das ist eine ganz einfache Sache, weil... Die Kombination, die ich drücke, um meine Aufnahme zu starten, ist auch gleichzeitig die... Da ist die Taste mit dabei zum Fullscreen auf Windows-Mode. So, ich hab gleich mal noch ein paar Rationen hergestellt an der Kaufstation aus Organics. Ich glaube, ich pack direkt nochmal Holz. Ich will gar nicht wissen, wie du das gemacht hast. Oh, hier sind noch Organics. Was für Organics, bitte. Ja. Aus denen, die es hier also gibt's. Er nimmt den Komposthaufen, langt da einmal rein, klatscht sich das in die Pfanne und dann ist das eine Ration für ihn. Ja. Ich hab hier gerade noch was zu essen liegen, das esse ich jetzt nicht mehr. Danke. Hab ich erwähnt, dass ich Waffeln hier habe? Ah, lecker. Ich jetzt auch vollkommen drauf. Selbst gemacht. Alters, hast du ja Waffeleisen, ja? Ja, Waffeleisen. Ich waffel dir gleich eine. Bitte nicht. Dazu müsstest du erstmal herkommen. Hm, nee, zu faul. Wir brauchen, wir brauchen definitiv mehr Holz. Ja, ich bin schon gerade dabei. Ja, du kannst nie genug Holz haben, das ist echt furchtbar in dem Spiel. Ich hoffe, ich hab jetzt genügend Erz, um den Generator zu bauen, damit ich dieses, dieses Tutorial-Dingens mal hier erledigt hab. Apropos Generator, ich schau mal hinten. Ja, wenn ich wieder zu Kräften komme. Zu unserem Erntter. Mhm. Mal gucken, was der bisher gesammelt hat. Und das Coole ist, wir sobald die halt mal fertig sind, Reste halt einfach wieder ab. Genau. Ja, deswegen lohnt es das eigentlich auch nie, die abzugraden, weil das würde sie noch schneller machen. Ja. Aber ich glaube, du kriegst dann auch anteilig wieder das Material zurück, aber es ist halt irgendwie nie wirklich viel. 139. Hm, das ist eine gute Portion. Ich habe neue Aufgaben. Ja, aber du hast später, hast du dann irgendwie... Wie neue Aufgaben? Ja, durch das Ernten. Durch das... Es gibt Zeug, was du, was du dann erforschen kannst mit dem Element X, das braucht über 1000 oder so. Ja. Macht euch darauf gefasst, dass wir sehr, sehr, sehr viel davon brauchen werden. Warte. Oh, okay. Nee. Du hast ihn sehr vergessen. Ja. Ah, die Schildkröte knabbert an der anderen Schildkröte. Kannibalismus. Hat das Feld eigentlich schon? Warum ist die jetzt auch nicht mehr? Wundert es dich? Pfff. Hast du mal ins Spiel geschaut? Ähm, kannst du uns noch die Pistole bauen, die andere? Ja, gleich, sobald ich genügend Materialien... Ich befürchte, ich habe einfach nicht genügend Materialien. Pets. Äh, ich habe hier einen Dungeon gefunden. Level 0 bis 0. Nicht euer Ernst, oder? Level 0. Doch so hoch. Ja, das... Ja, 0 bis 0, aber das habe ich noch nie gesehen. Diesen mindestens Level 1 bis sonst irgendwas, der ist wahrscheinlich bei der Generation auf dem Server nicht in Ordnung. Wahrscheinlich breakt uns das Spiel, wenn wir da reingehen. Dann lass da mal reingehen, oder? Das hat die Block, der... Ja, natürlich Body Block. Du wolltest gerade die Waffe haben. Ja, nein, ich habe... Ich meine, ich habe nicht Body Block. Ja? Ja, bevor wir... Ich mache gleich einen Body Check. Halb, wo seid ihr? Wo bist du? Ja, ich würde euch gerne wiederfinden. Du bist zu weit weg, gleich. Ah, ich habe da ein Signal gesehen. Ah, da hinten. Dafür ist das Ding da. Hier bin ich. Äh, da ist eine riesige Schildkradi an unserer Base. Gleich nicht mehr. Raged die ein bisschen. Boah, leider Gottes ist das Ding halt wirklich... Halbautomatik nur. Und das heißt, man muss... Man klickt sich hier einen ab. Ja. Das ist der Hammer von hier hinten. Ich beobachte euch gerade, wie ihr da auf die Gegner geschossen habt. Holzstiefel. Ja, du hast die Handschuhe, ich habe die Stiefel. Nee, andersrum. Du hast die Handschuhe, ich habe die Stiefel. Andersrum. Ja, ist egal. Wir sollten uns vielleicht noch einen Eingang hier auf die andere Seite machen. Aber ist egal. War nur so ein Vorschlag. Ähm. Naja, auf Ebene 5, dass man erstmal runterspringen muss. Nee, Kampfpistole habe ich weit nicht genügend. Da brauchst du 225 Gems und 225 Ohr. Da, da bin ich noch weit von weg. Na, wir könnten hier noch... Obwohl... Ohr... Nee, wir haben noch genügend Zeug in der Kiste. Passt. Ja, ich hatte ein bisschen was reingelassen. Stell die noch her. Dann stelle ich dir direkt eine Kampfpistole noch her. Nein, das wollte ich nicht. Kampfpistole, braun, so. Ich gucke, dass ich ein bisschen Holz vermengehe. Ich habe den Vendroid getötet. Äh, wieso hat... Wieso haben wir eigentlich jetzt zwei Kampfpistolen hier drinnen? Ich habe eine abgelegt. Warum? Oder? Habe ich das? Ich habe noch keine Kampfpistole. Ja, wir haben jetzt zwei. Es sollte jeder die bestmögliche Waffe haben. Ja, das ist das Holzschwert. Ja, aber halt auch abgesehen davon. Ist das Holzschwert besser als das Kampfmesser? Ja. Ja. Der Fuch. Ist einfach so. Gut, dann nehme ich mir hier mal so eine Pistole. Ich requeste eine... Kannst du gerade nicht, oder? Nein, weil du da dran stehst. Ja, ich muss halt erstmal... Bitch slap. Alter. Bitch slappt er mich einfach hier. Shitkröte ist total sauer hier oben. Kann ich verstehen. Ich würde auch hüten, wenn ich so eine Schildkröte wäre. Drake's Waffenkammer. Drake's Forschungsstation. Was kann man denn hier alles? Alter. Ja, man kann ganz schön viel damit machen. Übrigens, Muni ist jetzt da drin. Äh, Zeug ist da drin. Akrobat? Das ist die Kochecke, oder? Oh, ich müsste Akrobat machen. Schaden mit Nacken. Starte Heilungsspritze. Wie wechsle ich den Job? Ähm... Äh, das kommt mit 150 Element X. Ja? Ja, das hast du auf... Ich glaube auf K ist das Standardmenü. Gut. Nee, ist das nicht. Ich habe den Job gewechselt. Wow. Verpulver der Element X. Das tut mir leid. Ich habe ganze 6. Also ich zeige jetzt auch mal hier kurz an... Hier im Inventar kann man hier seine Ausrüstung natürlich angucken. Ähm... Da habe ich... Keine... Kein Licht. Ist egal. Ähm... Kein Licht. Ja, ich bin einfach nur so eine schwarze Silhouette. Ist witzig. Äh, ich habe hier die Jobs, die man momentan benutzen kann. Man kann halt mehrere lernen und mehr wechseln. Äh, der aktuelle Rang ist dann immer der, den man in dem Job hat. Das ist ganz witzig. Also das heißt, wenn man dann Level 20 Astronaut war und dann auf Level... Ähm, 1 Ingenieur ist, dann sollte man sich nicht mehr mit Level 20... Gegnern anliegen, weil... Ähm... Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Ja. Und hier hat man die ganzen, äh... Diese ganzen passiven Fähigkeiten. Da kann man hier Haustierkontrolle, wie viele man haben kann, wie lange sie da sind. SMG-Schaden, Multitool-Crit und sonst irgendwas. Äh, Panzerbesitz-Urkunden. Hä, 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 hä. Nein. Ähm, aktive Fähigkeiten gibt es hier auch noch. Die hatte ich noch nie, wenn ich ehrlich bin. Little, ja, okay. Da kann man alles hier irgendwie... Aber wo ist jetzt nochmal dieses, dieses Menü? Ich schaue es mal ganz kurz nach. Auf F8 kann man nämlich direkt hier in die Tastenbelegung rennen. Wo sieht man eigentlich, was die freischalten, die Jobs? Use Bastard. Ach ja, passive Fertigkeiten. Ach, man kann man sogar aufwerten. Hm. Das kostet dann... Äh... Da steht ein Lagerfeuer drunter. Toggle Build Menu, Inventory Menu, Build Notes, Leaderboards, Keybinds. Aber wo kann ich hier... Es gibt doch irgendwie so ein Menü für den Spieler selber. Hier kommen noch die ganzen Emotes. Habt ihr schon eine Fabrik gebaut? Äh... Ich dachte Drake. Nein, ich kann keine Fabrik bauen. Okay. Huch. Auch Holz, ja. Hä? Kann ich das in die Mitte des Raumes stellen? Also hinten? Oder willst du... Hast du das vor? Ne, da kommt eine Treppe rein. Achso, ich glaube, das ist dann hier an der Research Station, oder? Da kann man dann... Ja, genau, hier kann man... Ich hab... Das Menü gab es früher mal, war auf Kader. Da konnte man dann halt irgendwie mit den Menü berufen rumbasteln. Äh... Ja, genau, gibt es hier Ingenieurwissenschaftler, Jäger. Jäger ist halt hauptsächlich für Kampf. Äh... Akrobat ist für die Bewegung besser. Pilot, da kann man dann mit einem... Ja... Mit einem Panzer und sowas rumfahren. Äh... Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Jedem Engerholz. Fürs Ernten hauptsächlich. Oh, cool, wir haben schon... Wir können Fluglicht hier... Kann man lernen. Ja, 150. 150... Element X. Also hier kann man in der Research Station, kann man tatsächlich neue Sachen... Lernen. Äh... Erforschen. Zum Beispiel die Steinräume und sowas. Da braucht man aber Ingenieur Level 5 dafür. Wo ist das ganze Organics hin? Kein Plan. Also ich hab's nicht geklaut. Ich schwör nicht. Ich weiß nicht, was ich mit der Scheiße im Inventar so... Im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Holz hab ich nicht hier drin, ja. Äh... Ach, haben sie das immer noch nicht gefixt? Äh... Es kann sein, dass man... Dass man Wood in die Farm reinpackt und das verschwindet einfach ins Nichts. Ich glaub, das hat damit zu tun, an welchen Platz du das hinlegst. Ich glaub, du darfst das nicht an den ersten legen, weil er dann automatisch versucht, aus dem Zeug direkt die Organics dahin zu legen, ist ein bisschen komisch. Jetzt hab ich zumindest keinen Holz mehr. Nicht in die Organics zu legen, ich brauch das zum Bauen. Holz... Ja, aber wir brauchen auch Organics. Wieso ist denn jetzt da schon eine zweite... Hä, wieso ist denn da jetzt eine zweite Etage schon da? Ich hab die nicht gebaut. Ich auch nicht. Ich baue gar nichts. Wenn, dann baust du die. Ich hab die auch nicht gebaut. Ja, ja, ja. Du hast dich wohl eher verbaut, schätze ich mal eher. Die gehört dahin, das ist okay, aber... Also wenn die dahin gehört und es okay ist, dass sie da ist, dann schätze ich mal, hast du sie dahin gebaut? Nein. Nicht, 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 nicht wissentlich. Ja, nicht wissentlich, ne? Siehste. Ich brauch Holz. Schränk da schon wieder ein. Da ist Holz. Ja, ja, ich bin auch schon dabei, wieder was abzuernten. Aber wenn wir natürlich anfangen, irgendwelche Gegner zu verprügeln, dann kriegen wir dann auch später, also relativ zügig sogar, das Multitool Mark III und damit geht's natürlich noch schneller. Ja, aber ich brauch halt Holz für eine Kappe, wenn ich es nicht. So sieht das nicht aus dem Fossilkran nichts raus. Wow, Riesenschweiflöte. Bei den Bosskirchen, also bei den Mini-Bossens, das sind diejenigen, die halt größer sind als die anderen und leuchten. Ähm, hat man immer eine höhere Chance, dass irgendwas Besonderes droppt, irgendwelche Blueprints oder sowas. Oh, in Ordnung. Ja, ist schlecht. Hast du dich irgendwie zu dumm eingestellt, würd ich sagen. Sah nicht übel aus von hier. Halt mal mein Bier, während ich mich hier mit dieser Riesenschweiflöte anlege. Garb, Holz, Hose. Oh Mann, wie viele Magazine hält denn das Mist viel aus, hä? Von dem ewigen Geklick krieg ich irgendwann Seenenscheidungszündung. Oh, ein Holzschwert kann ich jetzt bauen. Äh, ich hab ein grünes Holzschwert. Ist das vielleicht besser als deins? Das kann sein, weil ich... Ich muss klar, dass wir die andere Pistole holen. Wir versuchen uns mal an Level 6 mit Level 0. Hat funktioniert. Kampfpistole, da. Okay. Das Magazin frisst das Vieh. Da ist noch sein Kumpel dahinter. Was soll das denn? Alles zerlegt. Und wieder Level ab. Warum krieg ich jetzt das Health ab? Ich hatte doch... Heilungsspritzen. Ey, da oben ist ein Leuchten da. Chaos rechts. Leuchten da? Ja, oben auf dem Berg. Oh ja. Aber ich bin ja erst Level 2, ne? Ich kann nicht so viel machen. Ja, hier. Huch. Ah. Das hat sich mythenlang gehört. Ja, der steht halt immer im Weg. Der Drake? War nicht richtig. Ja, ja. Über diese Farne. Hinter dir. Wow. Ich hab jetzt mit einem, mit einem so Rechtsklick, äh... Wow. Combo-Angriff so eine Schmuckröte zerlegt. Ja, das ist ein bisschen geil. Wow. Also mit jedem Level, dem man aufsteigt, kriegt man, ähm... Ja, ich würd's ja auch. Mehr Leben. Man macht mehr Schaden an Gegnern desgleichen oder niedrigeren. Aber generell man macht an allen Gegnern mehr Schaden. Und man kriegt auch weniger Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, mich mit Level 7 Gegnern anzulegen, dann ist das auch so gewollt. So, da oben, der auf dem Berg, da rechts hin, wollt ich eigentlich haben. Und was soll er hingehen? Ah ja. Scheiße. Wäre cool, wenn der mal runterkommt. Nö. Komm, dann nicht um diese Mistviecher hierher. Ich glaub's nicht. Alter, ein unsichtbarer Vogel. Seid ihr bescheuert? Ja, das ist tatsächlich eine Fähigkeit von denen. Eine, die sie vielleicht nicht haben sollten. Sneaky, was ist das? Oh, wie viele Kopfschüsse hält eigentlich so ein Mistvogel aus, ey? Jetzt keine mehr. Oh. War grad am Looten. Ist der blöd oder so? Ja, möglich. Dann war er am Looten. Dann war er am Looten. Ja. Das ist so meistens so eine Progression, die sich zusammen... ... ganz gut ergibt. Wow. Spiel hängt, Spiel hängt. Jetzt nicht mehr. So, eigentlich wollte ich ja Holz formen. Aber wir machen jetzt mal so, von hinten kommt noch ein fatter Boy. Ne, doch nicht. Danke. Fat Boys, Fat Boys. What? Chicanative. Nein. Da waren wir doch vorher schon bei. Wow, schon Rang 9 kommt der da her? Akrobat? Ja, war Akrobat Level 2. Achso. Ja, stimmt. Kann der mal nicht an den Wurzeln hängen bleiben. Der Rang ergibt sich aus den Job-Levels, die man kombiniert hat. Das heißt, wenn man jetzt Level 20 Astronaut hat und Level 10 Akrobat, dann ist man Rang 30. Das heißt, damit hat man momentan alle 360 als aktuelles Maximallevel. Weil man kann sechs verschiedene Berufe erlernen und die bis maximal Stufe 60 hochrüsten. So, wir fahren ja den Wald schon wieder ab. Ich geh mal zu dem Krüppelwald darüber, der sieht ziemlich abgestorben aus. Ja, das passt ja zu dir. Oh. Nur weil ich mich wie tot anhöre, heißt das noch lange nicht... Nein, ich meine den Part mit dem Krüppel. Das habe ich offiziell ignoriert. Sie Arsch. Immerhin ist er höflich. Es ist noch vor 20 Uhr. Da ist noch die Höflichkeitsform angebracht. Ah ja, okay. Und danach? Danach nicht mehr. Danach ist feuerhaft. Ich finde, schaut euch mal dieses Vieh hier an. Das ist unsichtbar. Bloß seine riesigen rot leuchtenden Hörner sind es nicht. Das ist ungefähr eines der nutzlosesten Features, was ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. Harte Silhouette. Schon wieder keine Muni mehr. Komm, gib her. Eins. Ich könnte mein Element nicht... Fabrik-Unter brauchen. Dann baue einen. Ich dachte, du hast es schon. Ja, aber ich habe keinen Fod dafür. Achso. Ja, findest du dann auch in den Dungeons ganz viel. Weil ich will ja mal Beruf flexionieren. Wahnsinn, wie die sich wehren. Ja, nicht nur du. Obwohl ich gar nicht weiß. Irgendwo können wir doch mal nachgucken, was die Berufe bringen. War das B? Nee, du musst da an die Research Station. Ah, das haben wir jetzt gehört. Wird überall dabei, was die machen. Aber ich finde es übrigens geil, dass sich der Chaos tatsächlich darüber beschwert, dass die Viecher sich ernsthaft wehren, wenn man versucht, sie umzubringen. Nein, nein. Sie wehren sich nicht. Das war es, ja. Was ich gerade nicht verstanden habe bei den Käfern. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt fängt er an, sich zu wehren, oder was? Ja, ja, die sind halt. Hallo, das sind Bugdogs. Das ist eine Mischung aus Käfer und Hund. Was erwartest du? Nee, da steckt das Wort Bug drin. Da weißt du Bescheid, was mit dem los ist. So, wie viel, wie viel, äh... Dingens wirst du nur haben, Drake? Wie viel Holz? Ist gerade einer durch den Berg gelaufen? Paar 100 reichen. Paar 100 reichen. Also, ich hätte jetzt 400 im Inventar. Ja, die können mal in die Kiste, weil ein bisschen was muss ich in Organics umwandeln und, äh, ich will die Treppe noch bauen. Ich baue mal so viel noch ab, dass ich doch irgendwie im Dungeon nötigen, falls ein paar Ernte hinstellen kann. Kann an der Waffenkammer gebaut werden. Aha. Äh, wir haben jetzt übrigens gleich dann auch in 20 Sekunden die Folge wieder. Ja, mal wieder. Ja. Aber diese Folge wird halt viel gefarmt. Ja, ich brauche halt halt ein bisschen was für die Base müssen wir ja erstmal tun. Ja, ja. Doch, immer so. Erstmal Basisaufbau und wenn das dann der Fall ist, dann hat man eine... Du weißt, die... Die Basis eines jeden Fundaments ist eine solide Grundlage. Ah, ja. Mhm. Das kannst du jetzt aber drehen, wie du willst, weil alles... Zurück will herzlich kommen. Zurück will herzlich kommen, genau. Ich frage jetzt mal so eine Ration hier. Was bist du? Hallo, du kannst doch nicht einfach Leute fragen, was sie sind. Äh, Infected Spindle-Montes-Squealer. Achso, ja, das ist halt ein Bossgegner. So ein Miner-Boss. Klick, 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 klick. Hm. Gandalf, du kannst... Äh, Äh, Aragorn, du kannst nicht Leute einfach fragen, warum sie weiss sind. Gandalf, äh. So, dann käme ich frei. Der Squealer wird jetzt dann gleich das Squealen anfangen. Ich verstehe immer noch nicht, was dieses Gefahren-Element sein soll, aber hey. Boah, der kämpft, der kämpft jetzt gegen den Infected-Spieler. Oh. Boah, hätte er die. Soll ich das nicht abbeißen? 3mm-Pistolen-Kunde? Holzhause! Was? Also wenn du die Pistolen-Munition nicht brauchst, du brauchst. Ich hab die Kampfpistole und die Pistolen-Munition bekommen. Ja, aber die Kampfpistole, die hab ich schon gebaut. Also da liegt eine für dich schon rum. Ja, hab ich ja schon. Kann ich bloß nicht nutzen. Weil du keine Muni hast. Richtig. Das ist eigentlich ganz praktisch, man kann nämlich immer wieder, wenn man die Gegner verhaut, kann man, ja ich benutze das Wort verhauen, wenn man die Viecher kaputt macht, dann kriegt man, lass das mal, dann kriegt man oft auch Munition. Das heißt, wenn man dann irgendwie in einem Dungeon steht, keine Muni mehr hat, dann kann man sich auch mal hinstellen, mit dem Schwert irgendwie alles verprügeln und dann. Machst du mich hier nah? Schon. Gleich aber nicht mehr. Denn die Folge ist nämlich zu Ende. Ich brauch, es gibt kein Fenster. Nicht, ich brauch, es gibt kein Fenster, die Folge ist zu Ende. Ah doch, das war das Richtige. Es gibt kein Fenster auf Hawaii. Ist das aber auch falsch. Kannst du mal ein Leuchtsignal schießen? At Drake? Ich hab jetzt gerade... Geh einfach hier lang. Nichts so. Ich baue die Richtung. Ah ja, ich seh's jetzt wieder. Die Base. Alter, du hast schon jetzt eine größere Base gebaut, als ich jemals in diesem Spiel hingestellt hab. Weil bei mir war es immer nur ein Funktionsklotz. Das ist auch nur ein Funktionsklotz. Ja, aber es wird schon gerade ein... Also, so ein richtiger Klotz ist es schon nicht mehr. Es ist schon eher so ein Gebäude. Sieht doch ein Gebäude aus. Das ist eh ein Gebäude. Hat er mich gerade verprügeln wollen? Was ein Arschloch. Hallo, alles hier will ich verprügeln. Das ist Graf. Okay, ähm... Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier uns vom Acker und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.